Walter Wolfgang Freiherr von Goethe war ein deutscher Kammerherr und Komponist. Er war ein Enkel und der letzte Nachfahre Johann Wolfgang von Goethes Leben. Goethe war das älteste Kind des August und der Ottilie von Goethe. Ihm zu Ehren dichtete sein Großvater am 9. April zu seiner Geburt das Riegelied dem jungen Mineralogen. Dem sein späterer Lebensweg jedoch nicht gerecht wurde, immer schwächlich, wuchs er auf, ohne eine öffentliche Schule zu besuchen. Ersten Musikunterricht erhielt er erst mit 15 Jahren beim Weimarer Kapellmeister Karl Eberwein, der auch Goethe Gedichte vertont hat. Später unterrichtete Felix Mendelssohn Bartoll die ihn am Klavier, da er ein ausgesprochenes musikalisches Talent zeigte. Er errang später aber weder im Lied noch in der Oper Erfolge und trug schwer unter der Last seines Namens. 1825 erhielt er durch den Weimarer Stadtrat gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder Wolfgang Maximilian auf ewige Zeit das Bürgerrecht der Residenzstadt Weimar verliehen. Vor allem er war es, der sich dem Ansinnen des Deutschen Bundes widersetzte. 1842 die Kasekunden Weimarer Goethehaus und den Nachlass des Dichters für die Nation zu erwerben. Er wohnte meistens in der Mansarde des Goethehauses. 1859 wurde er von Großherzog Karl Alexander zusammen mit seinem Bruder in den erblichen Freiherrenstand erhoben. Tod und Vermächtnis. Goethe starb auf einer Reise in Leipzig. Das Erbe seines Großvaters, insbesondere Goethes Wohnhaus in Weimar. Dessen Bibliothek und dessen umfangreiche Sammlungen war durch sein Testament vom 24. September 1883 für den Fall seines Todes dem Staat Sachsen-Weimarer Eisenach zugewiesen worden. Was die Entstehung des Goethe-Nationalmuseums ermöglichte. Goethe war der letzte Nachkomme des Dichters und hatte wie sein Bruder Wolfgang Maximilian und seine Schwester Alma keine Nachkommen. Auf seinem Grab steht Nachleben. Sigrid Damm verarbeitete in dem 2007 erschienenen Roman Goethes letzte Reise eine Reise Johann Wolfgang von Goethes mit seinen Enkeln Walter und Wolfgang nach Ilmenau im Jahre 1831 heute lagern von und über Goethe in diversen Archiven einige Kompositionen und Handschriften. Die Walter von Goethe Foundation des Berliner Konzeptkünstlers Wolfgang Müller gibt die Schriften der Walter von Goethe Foundation heraus. Werke Anselmo Langia, Oper in Stettin, Alessandro Stradella, Oper, sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Forte Piano Op. 14 Fien circa.